So, hallo an alle zu einer kleinen Vorstellung vom Update 1.4.6 in Minecraft und ich würde sagen, ohne lang rumzureden, ich fange einfach mal an mit der ganzen Geschichte. Es gibt einige Sachen, die neu mit drin sind, wie zum Beispiel Raketen oder auch, man kann jetzt Waffen gezielt verzaubern, aber das seht ihr jetzt gleich. Fangen wir erstmal an mit den Craften von den Feuerwerkskörpern. Dazu brauchen wir Gunpowder, eine Diamanten und einen Farbstoff oder zu dir aus, man kann noch den Diamanten ersetzen eigentlich durch Glows und das, aber das sehen wir gleich. Mit Diamanten bekommt man jetzt einfach so Funken oder Spuren ziehende Funken hin und mit den Glows und das ist eher so, dass man einfach so gnisternde Funken hinbekommt. Sehen wir dann gleich im Anwendungsbeispiel, ich mache jetzt einfach nur das hier ein bisschen durch für verschiedene Sachen, mache ein paar Cuts rein, das heißt das Ganze ist nachsynchronisiert, damit die Redundanz nicht so groß ist. Das heißt, so viel unnötiges Zeug haue ich immer mit rein, ziehe die Videos immer zu lange, obwohl man das eigentlich gar nicht braucht. Diesmal also kurz und schnell und sicher zusammengefasst. So, habe ich erstmal die Feuerwerkskerne erstellt sozusagen. Aus diesen Kernen können wir jetzt eine Rakete bauen und zwar indem man Papier nimmt und Gunpowder, das übereinander legt und dann gibt es eine Rakete mit den entsprechenden Effekten. Mache ich jetzt mal einfach für alle Versionen einmal durch und dann teste ich die auch dann auch später gleich aus. So, das wären erstmal die Raketen und da sieht man immer genau, welche Eigenschaft das Ding hat. Gut, als nächstes wollte ich das noch mit dem Gloss und das machen, mit den knisternden Funken sozusagen. Wie gesagt, seht ihr gleich, ist ein bisschen doof zu beschreiben. Auch wieder dementsprechend mit Farbe und ist vielleicht ein bisschen billiger herzustellen als mit Diamanten. Also wenn ihr das bei euch im Survival-Boot machen wollt, sind Diamanten ein bisschen teuer dafür. Naja, okay, so gut. Dann nochmal die Grünen mit reingehauen. Gibt es auch wieder diesen Fireworks da, halt diesmal in grün, also beispielsweise den Kern sozusagen, der dann den Farbeffekt hervorruft. Dann in schwarz, auch wenn das nachts ein bisschen blöd ist, ein schwarzes Feuerwerk hochzujagen. Und nochmal einen blauen. So, auch da machen wir jetzt dann gleich wieder die Rakete draus mit Papier, Gunpowder und dann oben den Kern rein. Und das filmen wir einfach jetzt komplett durch und zeigen dann gleich mal, wie das Ganze aussieht. So, Moment. Moment, gut. Das ist jetzt die blaue mit dem Diamanten, die so, ich sag mal, schweifziehende Funken hat. Sieht man ja. Und dann ganz viele. Gut, schön. Dann hatten wir das Ganze nochmal in grün gemacht. Und in gelb hatten wir das Ganze gemacht. Und in schwarz, da sieht man eigentlich allzu viele, das ist ein bisschen blöd nachts. Und dann nochmal in pink. Das sind jetzt die mit dem Glowstone Dust, die knistern so schön. Knister, knistern, nochmal die grünen. Und nochmal die blauen. Saulaut eigentlich. Gut, so. Dann als nächstes. Wir haben jetzt nur die kleinen gehabt. Man kann das Ganze noch vergrößern mit so einem Fire Charge, wie ihr es hier sehen könnt. Und jetzt sieht man, dass der Effekt aus so einem Large Ball wird. Wenn ich das jetzt weg mache, wird es nochmal ein Small Ball und jetzt wieder ein Large Ball. Das heißt, die Explosion ist größer allgemein. Und ja, dann testen wir das Ganze mal aus und machen auch gleich wieder eine Rakete draus mit dem entsprechenden Rezept. Dann kommt der Kern oben rein. Und dann setzen wir das Ding einfach mal hin und probieren es aus, wie es aussieht. Viel, 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 viel größer. Und an sich eigentlich ganz nice. Also ich finde den Effekt an sich eigentlich toll. Kann man hier jetzt noch mit verschiedenen Farben kombinieren sozusagen. Und, äh, joa. Das war dann jetzt hier der Effekt nochmal mit Goldnuggets. Das heißt, man kann auch die Form weiter verändern. Andererseits groß, aber man kann ein Creeper-Gesicht draus machen, wie hier jetzt gerade zu sehen ist. Creeper. Und nochmal in Zeitlupe das Ganze. Jo, passt doch. Einmal Creeper in Zeitlupe. Und, äh, joa. Also, wer nochmal die genauen Rezepte nachschauen möchte, jetzt gibt es da noch einen Stern hier zum Beispiel. Da gibt es einen Link in der Beschreibung, posten mit rein zum Wiki. Da könnt ihr nochmal die exakten Rezepte nachlesen, was jetzt genau für was sorgt. Dann nochmal Zeitlupe hier für den Stern. Okay. An sich eigentlich wirklich nice, nice, nice gemacht. So. Dann habe ich mal ausprobiert, das Ganze automatisch zu starten mit Dispensern, damit man so ein Feuerwerk machen kann. Ein automatisches Feuerwerk, wo man einfach so zuschauen kann. Aber die verschwinden einfach. Da scheint wohl ein Bug drin zu sein. Das ist keine Pre-Release, die ich mir gezogen habe, sondern das ist die Vollversion. Also die 1.4.6 original und ja. Gut, egal. So. Dann als nächster Punkt zu den Büchern oder verzauberten Büchern. Man kann jetzt Zauber auf Büchern speichern und die dann später auf ein Item übertragen. Das heißt, man kann sich in eine Kiste machen, lauter Zauber drin lagern und dann praktisch das Schwert damit verzaubern, was man gerne hätte sozusagen. So. Das heißt, wir können es mit dem Schwert hier, aus dem Schwert hier, Smite 1 machen. Obwohl man einfach nur das vorher gekriegt hat. Es gibt sehr, sehr viele Zauberbücher, wie ihr sehen könnt. Mit verschiedenen Effekten drauf. Stufe 1, 2, 3, 4, 5, was auch immer. Von allen möglichen Effekten insgesamt. Und die kann man sich manuell dann enchanten. Für die Rüstung gibt es auch noch eine neue Verzauberung. Und zwar das Thorns, sozusagen Stachel. Und da bekommt der Angreifer Schaden zurückreflektiert, wenn er dich angreift. Als nächstes gibt es noch die Funktion Netherbrick. Wie ihr gerade sehen könnt, wenn ihr Tab-switcht auf ein Item drauf, wird für kurze Zeit der Name angezeigt über der Levelanzeige. Also Netherbrick, der verschwindet dann wieder. Aus diesen Netherbricks kann man jetzt noch seit neuestem auch Netherbrick Stairs machen. Und Netherbrick Fences, also Zäune. Und auch noch Netherbrick Slabs. Geht jetzt alles ab sofort auch. So, wunderbar. Dann als nächstes kann man auch noch Scheren verzaubern ab sofort. Und zwar mit Silk Touch. Das heißt, man kann jetzt zum Beispiel Spinnweben eigentlich abbauen mit Silk Touch. Diese einsammeln und erneut hinsetzen. Und das ist an sich ganz, ganz nice, um irgendwelche Fallen zu bauen, zum Verlangsamen und so weiter und so fort. Vorher ging das ja leider nicht. Die wurden einfach nur zerstört. So, bei den Einstellungen auf Fancy, zum Beispiel, wie ihr gerade gesehen habt, werden die Objekte, die man droppt, jetzt in 3D dargestellt. Ihr könnt jetzt sehen, wie dieser Diamant sich schön im Kreis dreht, praktisch schon ein 3D-Objekt bildet. Vergleichsweise dann jetzt, wenn man wieder in Video-Settings zu Fast schaltet, sieht das Ganze ein bisschen anders aus, sondern so wie immer. Also, ich weiß nicht, vielleicht sieht man jetzt nicht direkt einen Unterschied, aber so sieht das dann normalerweise aus. Oder so seht ihr die Diamanten, so sahen die immer bis jetzt aus. Ist nicht so toll eigentlich. Auf Fancy sieht das Ganze, ich mach's nochmal kurz auf Fancy, ein bisschen schöner aus eigentlich. So, Achtung nochmal. Jo, ist an sich eigentlich viel viel besser von dem Item her. Jetzt so Minecraft-mäßig angepasst. Gut. Dann noch als nächstes, man kann jetzt Items auch mit STRG plus Q in ganzen Stack droppen, wie ihr gerade sehen könnt. Das heißt, nicht immer nur eins einzeln, sondern den ganzen Stack rausgerotzt. Und dann, ach komm, schieben wir nochmal die Diamanten hier dann so ein kleines bisschen hinterher. Die sieht man dann auch, wie sie direkt aufeinander gelagert sind. Also so mit mehreren Diamanten gestapelt. Ich glaub, vier nebeneinander ist das Maximum. So, das wär's dann auch schon gewesen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn ihr noch die Burg haben wollt, dann sollt ihr mal nochmal, ich verlinke das auch in der Beschreibung, den Link oder den Trailer von Magic Craft anschauen. Da ist, glaub ich, die Schematic in der Videobeschreibung verlinkt. Da könnte ich das Ganze runter nochmal ziehen. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Viel Spaß mit der Version 1.4.6. Und das wär's dann gewesen. Und tschüßen!